Macht Thomas' Unternehmen im Homeoffice alles falsch? Ein Datenschutzexperte sagt ihm ja, vor allem beim Thema Videokonferenzen. Das Tool, das er täglich nutzt, fällt in nahezu allen Kriterien der deutschen Datenschutzbehörde durch, so wie die meisten Alternativen. Bisher ging das noch gut, doch in Zukunft können teure Abmahnungen drohen. Thomas möchte sein Glück nicht weiter herausfordern, muss er auch nicht. So führt er Videokonferenzen DSGVO-konform durch. Genauso wie das Arbeiten im Homeoffice, Networking und das Anbieten von Produkten im eigenen Onlineshop. Die All-in-One-Lösung deckt auf einer kostengünstigen Plattform alle Aufgaben ab, die Thomas' Unternehmen heute online umsetzt. Made in Germany und in Deutschland gehostet. So spart er Zeit, Geld und ist beim Datenschutz in der Zukunft auf der sicheren Seite.